Die Konsolidierung an den Aktienmärkten setzt sich nach den Gewinnen der vergangenen Woche fort. Und es scheint so, als gewinne die Abwärtsbewegung etwas an Fahrt. Denn nachdem der Markt gestern mehr oder weniger auf der Stelle getreten hat, geht es doch heute um 1,2% nach unten. 7.316 Zähler nach rund einer Handelsstunde. Der Stand beim Deutschen Aktienindex. Wir warten hier auf den ZEW-Konjunkturindex. Experten erwarten eine leichte Verbesserung auf minus 19 Punkte. Mal sehen, wie sehr die jüngsten Notenbankmaßnahmen für Optimismus bei den Finanzmarktteilnehmern gesorgt haben. Gewinne werden im frühen Handel insbesondere bei den Bankaktien mitgenommen. Deutsche Bank minus 3,2%, Commerzbank minus 3%. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Denn beide Aktien haben in der Spitze seit Juli fast 50% an Wert gewonnen. Also hier nimmt der eine oder andere einfach mal seine Gewinne mit. Minuszeichen gibt es auch bei den Autoherstellern. Die Neuzulassungen in Europa sind im August um 8,5% gefallen. Insbesondere in Südeuropa ist dies der Fall. In Italien liegt das Minus sogar bei 20%. Gegen den Trend hat Volkswagen allerdings zulegen können. Die Wolfsburger setzten 1,6% mehr Fahrzeuge ab. Trotzdem gehört die Aktie heute zu den Verlierern. Minus 2,7% auf BMW und Daimler. Mit Abschlägen zwischen 2 und 2,5%. Ebenfalls im Minus ist die Aktie von Merck. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern muss einen weiteren Rückschlag mit seinem Krebspräparat Erbitux hinnehmen. Es wirkt offenbar gegen weniger Indikationen als vom Unternehmen erhofft. Man hat nun den EU-Zulassungsantrag für die Behandlung einer bestimmten Lungenkrebsart zurückgenommen. Die Merck-Aktie verliert aktuell 1,5%, lag im frühen Handel allerdings schon deutlicher im Minus. Und last but not least mal wieder im Blickpunkt die Aktie von Apple. Nachdem die Bestellzahlen für das neue iPhone offenbar sehr gut sind, ist die Aktie gestern im nachbörstlichen Handel in den USA erstmals über die Marke von 700 Dollar gestiegen. Und notiert auch aktuell in Stuttgart. Über dieser Marke nehme ich bei umgerechnet rund 703 Dollar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017